Ja, Max eh ne zuhause hat, ne. Marcel, nimmst du auf? Warte. Nimmst du auf? Ja, ja. Gut, okay. Wenn Max eh ne zuhause hat, ja, so ne Püppi, ja, weißt du? Und sein Düdel steht halt, ne, so schön senkrecht, ne. Und, pass auf, pass auf, der guckt die Kleine und sagt, Mann, das ist aber ein strammer Max. Mann, das ist aber ein strammer.